Herzlich willkommen zu einer weiteren Ethik-Folge. Nachdem wir bereits über Umweltethik und Tierethik gesprochen haben, fehlt noch die Technikethik. Und damit beschäftigen wir uns heute. Wir klären, wie man ethisch korrekt mit Technik umgehen soll, schauen uns verschiedene philosophische Positionen dazu an und vor allen Dingen die Grundlagen dieser Philosophie. Los geht's! Philosophie ist die Wissenschaft des Hinterfragens und des Erkennens. Jedes Mal, wenn man sich selbst eine Frage stellt, philosophiert man in einer gewissen Hinsicht. Man hinterfragt Dinge und versucht Probleme und den Sinn von Dingen zu beantworten. Nun gibt es aber auch die Technik, also Maschinen, Vorgänge und spezielle Abläufe einer Tätigkeit, bei denen der Sinn, wir bezeichnen ihn heute als Zweck, darin liegt, das Mittel für einen höheren Zweck zu sein. Nehmen wir mal an, wir stehen in einer Fabrik am Fließband und stellen Dialysatoren, also Geräte, die Menschen, die an Nierenerkrankungen leiden, heilen können, her. So liegt der Zweck in der Technik des Herstellers erst darin, die Dialysatoren zu verkaufen und anschließend darin, die Nierenerkrankung zu heilen. Wir sprechen also in der Technikethik niemals über den letztendlichen Zweck eines Vorganges, sondern über den Weg, um den finalen Zweck möglichst moralisch korrekt zu erreichen. Des Weiteren liegt in der Technikethik ein Schnittpunkt zwischen Ethik, Wirtschaft und Politik vor, da diese drei Faktoren stetigen Einfluss aufeinander haben. Wir werden also, wenn wir uns Beispiele anschauen, uns vorstellen, wir stehen in dieser Fabrik und stellen dort Dialysatoren her und wollen diese verkaufen. Hier spielen moralische, wirtschaftliche und politische Einflüsse eine wichtige Rolle und müssen gegenseitig in einem ständigen Gleichgewicht liegen. Kommen wir nun als erstes zu Konrad Ott. Er war der Mann, der Vernunftkriterien für die Technikethik eingeführt hat. Also insgesamt vier Punkte, mit denen man bestimmen kann, ob technische Neuerfindungen oder Handlungen vernünftig sind. Der erste Punkt ist die Tauglichkeit der Technik. Also die Frage danach, ob mein Dialysator im Endzweck wirklich die Nieren effektiv heilen kann. Der zweite Punkt ist eine umfassende Kalkulation. Also wird sich der Verkauf der Dialysatoren rechnen und werde ich auch genug herstellen können, um möglichst viele kranke Menschen heilen zu können. Als nächstes benennt er die sensible Orientierung in anderen Kontexten, dass ich also betrachte, ich will Geld verdienen, Menschen helfen, politisch korrekt handeln und gleichzeitig ein gutes Bild nach außen werfen. Ich würde es anders als Flexibilität meiner Technik bezeichnen. Der letzte Punkt ist die Aufstellung von klaren, eigenen moralischen und technischen Regeln, die der eigenen Ideologie unterworfen sind. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Moral in einem Gleichgewicht zum Eigennutz steht und die Verwendung von bestimmten Techniken immer zu einem möglichst effizienten Endzweck führen. Hubig, der zweite Philosoph, den wir uns heute anschauen, stellte ein Oktogen auf, um klar zu definieren, welche Kriterien ich zur Bewertung von Ethik betrachten muss und wie sie im Kontext zueinander stehen, also ob sie widersprüchlich sind oder sich gegenseitig unterstützen. Rechts erkennt man die wesentlichen Punkte für die moralischen Fragen wie Umweltqualität, Gesundheit und Sicherheit und links die Punkte für die wirtschaftlichen Fragen wie Wirtschaftlichkeit oder Wohlstand. Mittels dieses Paradigmas kann man nun für die Herstellung seiner eigenen Produkte mögliche Probleme erkennen und versuchen, diese effizient zu lösen, so dass ich einen guten Mittelweg zwischen moralisch korrekter Handlung und Eigennutz finde. Die Philosophen Lenk und Ropoul erklären, was die Verantwortung für technikethische Prozesse und Fehler ist. Sie definieren Verantwortung als, Zitat, das Ablegen von Rechenschaft gegenüber legitimierten Personen, also das Rede- und Antwortstehen für zurechenbare Handlungen, Zitat Ende. Ein wichtiger Punkt ist also, wem welche Verantwortung übertragen wird und falls mir selbst Verantwortung übertragen wird, dass ich sie mit gutem Gewissen annehmen oder auch ablehnen kann. Lenk und Ropoul haben eine Matrix aufgestellt, mit der man eine Ansicht auf die wichtigsten Verantwortungstypen erhält. Wenn ihr euch diese in Ruhe anschauen wollt, dann posiert gerne kurz das Video. Das Verteilen von Verantwortungen ist wichtig, um Fehlerquellen in der Technik zu erkennen, da man bestimmte Experten für bestimmte Gebiete hat, die aufpassen, dass die Werte Hubix und die Vernunftkriterien-Odds eingehalten werden. Und wie bei jeder philosophischen Position gibt es natürlich auch was zu kritisieren. Allerdings ist die Kritik in der Technikethik nicht die Kritik in der Technikethik selbst, sondern in ihrem Durchsetzungsvermögen. In vielen Unternehmen ist es leider noch so, dass moralische Gedanken dem Eigennutzen weit hinterherhängen. Einige Techniken existieren, sind aber eher dazu geschaffen, Eigennutzen zu generieren als moralischen Nutzen. Es wird oft der eigentliche Endzweck der Techniken vergessen, in dem ja im Prinzip auch der Sinn dieser Techniken und unserer Wirtschaft liegt. Bisher konnte sich die Technikethik noch nicht überall wirklich effektiv als wesentlicher Betrachtungspunkt des Endzwecks durchsetzen. Aber was denkt ihr? Befinden wir uns auf einem besseren Weg in eine moralischere Wirtschaft oder lastet unser Wohlstand noch zu sehr auf den Schultern von Schwachen? Lasst eure Meinung in den Comments da und lasst uns über dieses, naja, doch sehr kontrovers diskutierte Thema philosophieren. Ansonsten schaut euch auch gerne die beiden Videos hier links an zur Umweltethik und der Tierethik und wir freuen uns, wenn ihr unsere Kanäle abonniert. Gerne bis bald. Alles Gute und ciao.